Gestern hat Mama mit mir über den Ebo gesprochen und mir erzählt, dass sie und Papa gestern die mexikanische Polizei schmieren mussten, und das alles nur weil Papa falsch abgebogen ist. Er ist aber nur fast falsch abgebogen, denn er hatte frühzeitig gemerkt, dass es die entgegengesetzte Richtung war. Dummerweise war die Polizei genau hinter den beiden und haben die Blinklichter sofort eingeschaltet. Auf so ein Fehlverhalten wartet die Polizei nur. Nach langem Hin und Hergeschwafel durften sie dann endlich weiterfahren. Trotzdem waren sie 100 Euro leichter gewesen, das war ein teures Abendessen für die beiden ich sag's euch. Ich hoffe Mama und Papa kommen schnell wieder nach Hause, denn ich habe keine Kohle um die beiden auf Kaution frei zu kaufen. Hier noch ein paar Eindrücke aus Mexiko, zieht es euch rein und genießt es. Ich mache Aufnahme. Oh, lecker, lecker! Ich habe aufgeregt. Oh, lecker! Hallo, amigo! Amigo, hola! Ich wollte immer mal gehen, ich wollte immer mal gehen, Schatz film mich mal bitte mit Beinen, der filmt gerade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.